Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich reakte heute wieder auf ein Video. Sachen die es in der Zukunft geben könnte oder nicht und wir lassen uns einfach mal überraschen was es so geben könnte. Ein Rollstuhl der seine Reifen verändert um die Treppe hoch zu fahren. Das kann ich mir gut vorstellen für die Rollstuhlfahrer. Ein Apple Auto. Ja warum nicht? Apple macht ja nicht nur Computer. Und das Auto packt selber ein. Das kann ich mir gut vorstellen dass es das irgendwann mal gibt. So das Auto ist über rot gefahren. Ja gut. Du wirst abgeschossen wenn du über rot fährst. Warum nicht? Okay. Ja wenn wir sein Auto da schon schrotten. Geil. Was ist das? Ja warum nicht? Schon wieder ein Apple Auto. Und da gibt es die Werbung. Von Edeka. Ihr seht Adblocker ist nicht an. Wir lassen die mal kurz durchlaufen. Und da geht es weiter. Ein Apple Auto. Das aufgeladen wird. Ja. Was macht das Auto? Ja mit der Minigun. Alles klar. Okay. Alles klar. Einige Sachen sind echt weird. Was ist das hier? Was leuchten die Reifen? Ähm. Okay. Geil. Ja gut. Ein pinkes Auto. Mit einer Solaranlage zum Aufladen. Was ich leisten kann? Warum nicht? Ähm. Ja. 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 Okay. Ja. Geil. Okay. Damit er sich auf die Seite kümmt. Ja. Und das jetzt wieder eine Aufladestation. Hierzu fallen einfach die Batterien aus dem Auto raus. Ja. Geil. Warum nicht? Ja. Und das wieder eine Ladestation fürs Auto. Dieses Mal nicht von Apple. Doch. Das Auto ist wieder von Apple. Ähm. Ähm. Okay. Naja. Boah. Ne Tiefgarage. Ja. Dann werden die Parkplätze hier so einfach mal alle frei. Warum nicht? Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist das? Ähm. Ähm. Ah. Okay. Ob es das irgendwann mal geben wird, ist die Frage. Und hier Straßenböller. Da fällt die Batterie raus. Geil. Ja gut. Wieder eine Ladestation. Mit einem USB-Anschluss. Geil. Aber die Reifen sehen geil aus. Ein fliegender Bus. Warum hat denn der noch Reifen dran, wenn der fliegen tut? Warum nur solche Mini-Propeller? Äh. Ähm. Ja gut. Ich hinterfrag's mal nicht. Was ist das? Äh. Okay. So was wird's definitiv nie geben. Huh. Hahaha. Geil. Okay. Ähm. Was ist das für ein Auto? Ja. Ja. Ich glaub so jetzt wird's niemals geben. Was ist das? Ein LKW mit Drohnen-Helikopter-Propeller-Teilen. Äh. Okay. Gut. Das könnte man sich auch vorstellen. Was ist das? Ist das ein Knast? Okay. Das sollte eine Leiter darstellen. Äh. Wollen wir mal die Werbung ausblenden. Was soll das? Der hat jetzt ganz viele Apple-Handys. Okay. Ich weiß nicht, was das werden soll. Sieht mir ein bisschen aus wie Domino-Day. Nur mit Apple-Handys. 2021. Keine Ahnung, was das heißen soll. Loll. Der hat jetzt so angeordnet. Das ist geil. So. Da waren ein paar schöne Sachen dabei, wo man sich vorstellen könnte. Ja. Das könnte es in Zukunft geben. Aber ich glaub das mit der Minigun und den Raketen, die die Autos abschießen. Ne. In Russland vielleicht. Die sind da so. Ja. Aber gut. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Was ihr euch denkt. Was es in der Zukunft geben wird und was nicht. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn ihr lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wie wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und Bye Bye. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.